Und das geht, hier gefallen wir es unterwegs, wo die Boys und Girls zwischen 7 und 8 Jahren alt sind. Hier am Start, Levin Schulz, Emilio Blumhagen, Lenny Walker, Louis Beckert, Lukas Psyker, Phil Brucke, Pit Schneefug und Tim Seitz. Und wir befinden uns hier mittendrin in der Orteema-Kurve und die 1 kommt hier als schnellstes heraus. Es ist Levin Schulz, er führt hier das Feld an und dann haben wir die 8, Emilio Blumhagen auf der 2 und auf der 3 die 6, Lenny Walker. Lenny Walker hier als drittes hier bei uns vorbeigeschossen. Dann folgt hier auf Platz 4 die 7, Louis Beckert, Werder gerade noch so im Finale dabei. Vorne und bei der Levin Schulz, er führt hier das Feld an, dahinter die 8, Emilio Blumhagen. Es geht hier in die letzte Gerade, die 1 vorne, dann folgt hier eben die 8 und dann die 6, Lenny Walker auf der 3. Und dann hier noch qualifiziert, Louis Beckert zieht hier noch ein.